Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Maria Höferisch, Lynn Sivon und Michaela Schifrin, VL, behören zu den besten Skifahrerinnen aller Zeiten Urheberrechtssport 1 Montage, Getty Images 11 Februar 2019, 15 Uhr 35, Lynn Sivon hat im Skisport alles gewonnen. Aber reicht es auch für den Titel, Greatest of All Times? Sport 1 zeigt die besten Skifahrerinnen aller Zeiten. Egal ob Vreni Schneider, Hanni Wenzel oder Anne-Marie Moser-Preu, der Ski-Weltcup hatte schon immer seine herausragenden Fahrerinnen, die ihre Zeit dominierten und Titel und Siege an Masse einheimsten. Mit Lynn Sivon hat nun erneut eine der ganz Großen ihre Karriere beendet. Die US-Amerikanerin rundete ihre einzigartige Karriere mit WM-Bronze in der Abfahrt ab. Punkt. Aber reicht Wons Titelsammlung für den Titel, Greatest of All Times? Sport 1 zeigt die besten 15 Fahrerinnen aller Zeiten. Punkt.